Hey, Grüße gehen raus an dem Boeing-Podcast, Samet Varouk hier. In den letzten Jahren habe ich sehr oft bei den Live-Show in Boeing gespielt und nach den Shows haben Manuel und ich uns immer zusammengesetzt und haben immer so ein kleines Intermezzo an Diskussionen über Gott und die Welt gehabt. Aber bei dem Boeing-Podcast habe ich gemerkt, was es doch für einen Unterschied macht, wenn man sich Zeit nimmt, sich hinsetzt und das nicht so zwischen Tier und Angel macht und über die Sachen, die in dieser Welt relevant sind, debattiert. Und das hat mir besonders an dem Podcast gefallen. Es ist ehrlich, es ist authentisch, es ist real. Zieht euch den Boeing-Podcast rein. Euer Mann, Samet Varouk. Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Jetzt ist es wieder Zeit für den Boeing-Podcast. Comedians mal ehrlich. So, folgendes. Mein Name ist Manuel Wolf. Schön, dass ihr wieder da seid. Liebe Boinguisten, liebe Boingi-Tudi-Danten. Ja, das ist neu. Liebe Boingos. Naja, heute habe ich zu Gast den unglaublichen Heinz. Der unglaubliche Heinz. Wer kennt ihn nicht? Seit Anfang an bei Nightwash dabei und davor schon dabei. Und ich glaube, dieser Mann ist 1500 Jahre alt. Ein nettes Gespräch haben wir gehabt gleich zu Beginn. Erzähle ich euch, dass am Ende wir eine gegenteilige Meinung hatten, glaube ich. Soweit ich das richtig mitbekommen habe in dem Flow des Gespräches. Es war nämlich so, wie das so ist, wenn zwei alte, weiße Männer sich unterhalten, kommt man dann irgendwann auf das Thema Frauen und Gleichberechtigung. Und es gibt nichts Cringigeres. Es besteht keine größere Cringe-Gefahr, als wenn zwei weiße alte Männer sich darüber unterhalten werden, ob Frauen benachteiligt werden oder nicht. Und ich habe den Eindruck gehabt, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Heinz gesagt, dass in allen Berufsbereichen Frauen benachteiligt werden bei gleicher Kompetenz, gleicher Qualität, aber bei der Comedy das nicht der Fall sei, dass bei gleicher Kompetenz, gleicher Qualität eher die Frau genommen werden würde, es halt weniger gibt. Und diese Meinung teile ich auf, also ich habe es so wahrgenommen, als hätte er es so gesagt. Vielleicht stimmt es nicht ganz, aber diese Meinung teile ich auf keinen Fall. Also ich finde die Idee ja ganz schön, dass die Comedy-Community im Gegensatz vom Rest der Welt nicht sexistisch sei, nicht Frauen benachteiligen würde und, und, und. Allerdings glaube ich, dass die Realität eine andere ist und das wurde mir bestätigt, als im Fernsehen dann wieder sieben Tage sieben Köpfe kamen und das bedeutet, sieben Köpfe bedeutet fünf Männer und zwei Frauen. Also, ja, jedenfalls hoffe ich, dass ihr bis zu dem Punkt durchhaltet. Ja, und ansonsten war es aber wirklich ein sehr schönes, sehr, sehr interessantes Gespräch, wieder mit vielen Insights in die Szene, ins Leben, in alles. Und bevor wir loslegen, möchte ich mich noch kurz bedanken beim Feedback oder beim Beatback oder beim Feedback, das wir bekommen haben. Und zwar einmal auf der Webseite boingpodcast.de hat jemand nochmal die Folge 4 sich angehört mit Lutz van der Horst und geschrieben, grandiose Folge, habe sehr gelacht, ihr wart ein super Duo, toller Flow und sehr informativ. Bin jetzt auch ein Jimmy Breuer Fan, erstmal dafür vielen Dank. Dafür darfst du auch weiterhin den Podcast kostenlos hören. Und nicht nur du, sondern alle anderen auch. Ja, auf boingpodcast.de kann man auch übrigens, wenn man halt kostenlos hören möchte und noch mehr tun möchte, sich auch ein Support-Abo holen für einen Euro oder jeden Betrag der Welt. Meinetwegen, wenn es auch einen Cent im Monat ist, kann man als Boingologe den Boing-Podcast supporten, wenn man möchte. Einfach mal auf boingpodcast.de gehen und auf Support klicken. Und da gibt es übrigens auch mein Comedy-Special, geboostert. 30 Minuten Comedy aus dem Boing-Comedy-Club als Video zum Download. Kann man sich da auch besorgen. So, dann habe ich ja jetzt Spotify-Insights mit meinem Podcast. Die meisten Hörer, also 40% der Hörer kommen über Spotify. Und da haben wir 162 Abonnenten jetzt. Da sind also letzte Woche einige dazugekommen. Denen erstmal ein großes Hallo. Sagt mal Bescheid, wenn ihr wisst, wie das geht. Irgendwie könnt. Und das freut mich, dass es mehr werden. Wir werden das mal, wir, ich werde das mal beobachten, wie das weitergeht. Und hoffe, dass da noch ein paar dazukommen. Dann ist es ja so, dass die zweitmeisten Hörer über Apple hören. Und da ist die letzte Bewertung und Rezension vom 6. Januar. Echt gruselig. Sehr unangenehmer Typ. Nur ein Stern von fünf. Und seitdem ist nichts mehr dazugekommen. Das ist natürlich etwas schade. Aber wenn das so ist, dann ist das so. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch auf Apple den Boing-Podcast bewerten. Und vielleicht eine Rezension schreiben. Müsste aber nicht. Müsste nicht. Das war's. Das ist alles. Das ist, womit man leben muss. Mit dem Hate. Den kriegt man zu hören. Das Lob. Das ist selten da. Oder es wird verdrängt. So ist das halt. So ist das halt. Da ist die Gesellschaft am Kranken. Aber vielleicht habe ich es auch verdient. Wahrscheinlich bin ich einfach nur scheiße. Das wird es sein. Deswegen ist mir auch heute Morgen ein Schild auf den Finger gefallen. Deswegen ist mein Finger jetzt auch blau und schmerzt. weil Karma. Karma. Chameleon. So. Lieber Manuel. Mein Name ist The Shark. Und ich war einer deiner Gäste im Boing-Podcast. Und es hat mir super viel Spaß gemacht. Mach weiter so. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die nächsten, sagen wir mal, mindestens 450 Folgen. Denn auf die 500 wirst du ganz sicher kommen. Da bin ich mir sicher. Also, alles gut dir, deinem Boing-Podcast. Und natürlich alles Beste für dein weiteres Künstlerleben. Dein Shark. Hier ist für euch der unglaubliche Heinz. Wie soll ich denn das sagen? Weil am Anfang sage ich ja immer, bla bla bla, dir ist bewusst das. Der unglaubliche Heinz, dir ist bewusst das. Das ist ja auch gut. Heinz. Heinz. Du bist ja unglaublich. Dir ist bewusst das. Nein, scheißegal. Mach einfach irgendwas. Scheißegal. Heinz, du Unglaublicher. Ja, so ist es gut. Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mich alles fragen darfst. Ja, klar, gerne. Jederzeit. Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dich alles fragen darf. Ja. Und dir ist bewusst, dass alles, was hier gesagt wird, auch ausgestrahlt werden darf. Ja, also ist ja der Anwalt irgendwo sitzt. Oh, ich kriege Angst ein bisschen. Ich habe keine guten Erfahrungen mit Anwälten, sagen wir mal so. Deswegen sicher ich mich doppelt und dreifach habe. Ja, gerne. Ist auch noch nichts im Giftschrank gelandet. Also doch, ist es schon, aber das verrate ich nicht. Ja, gut. Also offiziell. Ich darf dich alles fragen, was ist im Giftschrank gelandet. Nein, okay, lassen wir das. Alles gut. Zwei Episoden. Die eine wegen technischer Mängel und die andere wegen charakterlicher Mängel meines Gastes. Okay, alles klar. Ich frage jetzt einfach mal nicht, wer es war. Ja, frag das mal nicht. Alles gut. Ich will ja auch nicht schlecht über andere reden. Das soll ja irgendwie besser werden alles. Wie geht es dir denn? Ach, ich habe das, heute bin ich das schon mal gefragt worden. Und oft sind diese Fragen ja gar nicht so ernst gemeint. Sondern es ist immer so. Und dann habe ich wirklich, wie geht es mir? Und ich merke, ich habe einfach gute Laune. Das liegt, glaube ich, daran, ich bin jetzt so seit Silvester, wie man so macht, wieder ein bisschen mit Sport angefangen. Und das führt, glaube ich, einfach dazu, dass es einem besser geht. Obwohl die Gesamtsituation ja eigentlich... Ja, aber die Hoffnung ist noch da. Ja, aber auch so, das ist ja auch ein mentales Ding. Wie blicke ich auf die Dinge? Und ich weiß nicht, so im Dezember und so hatte ich so ein paar ganz schlimme Tage, wo ich gesagt habe, oh Gott, was ist das alles für ein Scheiß. Und jetzt habe ich zumindest gute Laune und denke aber auch, so oder so, was passiert? Erstmal kommt der Sommer und der wird besser. Ja, also das ist ja... Mein Psychologe sagt ja genau diese Grundregel, die es ja gibt. Dass man, um sich gut zu fühlen, eine totale Akzeptanz der Umstände braucht, die man nicht in der Hand hat, zu ändern. Dass man, also das ist ja auch irgendwie so ein, ist das nicht irgendein so ein alter Philosophspruch, dass man, gib mir die Gelassenheit, das zu akzeptieren. Und den Mut, die Dinge zu ändern. Buddha, Jesus, wie sie alle heißen. Ich glaube Voltaire oder so irgendeiner. Nee, Jesus irgendwie... Wer weiß, was der andere gesagt hat. Warte mal, hat nicht Buddha einfach gesagt, lass gut sein, mach nix? Ja, wird schon, wird schon wieder. Jetzt schon wieder. Nee, da bin ich kein Spezialist. Ja, nee, ich auch nicht, aber doch, ich schon. Nee, aber halt, genau, dass man halt, wenn ich da immer hingehe und über dies und das meckere und sage, das ist scheiße und das ist scheiße und das und das, dann sagt er ja, also was und? Da kann ich nix dran ändern und da können Sie nix dran ändern. Genau. Man muss lernen, damit umzugehen. Macht so eine innere Freude am Leben. Ich hatte letztens meine Mutter noch Besuch, die sitzt im Altenheim und die hat auch eine positive Sicht auf die Welt. Und die, wir müssen ja mal gucken, ob wir aufgenommen werden. Nein, ich sehe gerade, dass mein Kaffee... Hol den Kaffee, ich rede so lange. Unerleichbar. Ich rede so lange. Die ist im Altenheim und die hat auch so eine schöne positive Sicht auf die Welt der Dinge. Und die meckert immer über die anderen alten Leute, die nix sagen oder immer schlechte Laune haben. Und die hat dann wirklich so dieses, die meckern daran, dass die Leute da im Altenheim irgendwie sie nicht richtig behandeln, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken, dass das eigentlich total nett ist, dass das jemand macht. Also die ihnen helfen, da sein, da arbeiten und da denkt keiner von denen drüber nach. Und natürlich sind die alle unglücklich, wenn du so an die Sache rangehst. Ja. Freust du dich denn aufs Altwerden oder hast du da Politik vor? Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Freuen? Nein, ich habe wirklich so eine Haltung in letzter Zeit, dass man denkt schon, dass man das Leben feiern soll. Also jetzt hier und im Augenblick, da wo man halt gerade ist, wo man auch so sagt, man kann positiv an die Sachen rangehen. Auch im Hinblick darauf, dass das in meinem Alter jetzt nicht besser wird, tendenziell. Ja, so von den Zipperleien. Ja, ja, genau. Und vom Bewegungsradio ist, ich weiß nicht, ich werde jetzt noch nicht alt, aber meine Eltern sind jetzt gerade halt so, mein Vater ist schon tot und die Mutter ist 85 von meiner Frau. Die haben jetzt gerade, der Vater hat Alzheimer und ist natürlich auch gebrechlich. Und man sieht irgendwie so, ab 80 geht es halt einfach bergab. Und dann ist so die Frage, was machst du da? Also eigentlich geht es ab 30 schon. Ja, okay. Aber dann ist das Runtergehen nicht so steil. Ich habe das Gefühl, bis 80 kann man schon irgendwie, glaube ich, ein cooles Leben haben, noch Reisen machen und so. Aber dann wird es halt oft so, dass... Ja, also man kann auch über 80 noch Reisen machen auf der Queen Mary und so. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Oder wenn man viel Geld hat und sich fahren lassen kann und so. Aber dann wird es halt, genau. Aber man merkt auch bei denen, die haben auch gar keinen Bock mehr. Also man merkt so, dass die Welt wird immer kleiner. Also bei, in dem Fall von meiner Mutter und von meiner Frau. Und bei denen ist das letztendlich aufs Haus zusammengeschrumpft, den Garten. Und also darauf würde ich mich nicht freuen. Aber ich weiß ja nicht, wie es bei mir sein wird. Das sind ja andere Menschen. Ich hoffe, die sich es anders machen. Ja, also klar, vom Gesundheitlichen her. Aber weißt du, irgendwie, wenn man älter, also wenn man richtig, richtig alt wird, wird man irgendwie von der Gesellschaft nicht mehr so ernst genommen. Was einerseits schade ist. Andererseits man aber auch zu seinem Vorteil ausnützen kann, indem man sich alles rausnehmen kann, was man sonst so aufgrund von Anstand irgendwie zur Zeit halt vielleicht nicht macht. Weil es kann einem niemand übel nehmen. Weil das heißt ja auch, der ist ja alt. Genau. Das war eigentlich auch immer so meine Fantasie. Dass man gerade so, also wenn ich jetzt so selbst, die Comedy immer so ein bisschen, ich fand meine Comedy immer so ein bisschen so bekloppt. Und wenn so ein junger Bekloppter ist, der ist bekloppt. Aber ich habe gesagt, ein bekloppte alter Opa, wenn ich da irgendwann hinkomme, das wird total geil. Weil du hast ja so eine Seriosität, eine Altersweisheit. Und wenn ich dann hoffentlich immer noch genauso bekloppt bin, mit 30 habe ich mir auch vorgestellt, dann wird das richtig toll. Also willst du auch noch mit 80 dann auf die Bühne gehen? Nein, also das ist so, ich hatte immer so ein ganz komisches Erlebnis. Da war, ich weiß gar nicht, wie alt ich selber war, auf jeden Fall hat der Hans-Dieter Hüsch in der Stadt gespielt, wo ich, also Emmerich, da bin ich geboren worden. Und der war, an dem Abend war er zu alt. Und da hätte ich mir halt gewünscht, dass Leute ihm das gesagt hätten. Also ich meine, die haben ja noch gefeiert. Oder dass sie es dir gesagt hätten. Ja, naja, mir, also das fand ich jetzt so, die Leute haben ja noch gefeiert. Ich fand so, für mich, in dem Punkt würde ich mir wünschen, dass mir jemand sagt, hör auf, lass es lieber sein, weil das war dann, ach. Ja, aber würdest du das dann akzeptieren? Ja, wenn ich da... Weißt du, so wie bei Monty Python, die schon seit 30 Jahren sagen, ah, letzter Auftritt jemals und dann, ah, die Großen, die Leute, okay, diesmal der wirklich letzter Auftritt. Ich weiß es nicht, also das ist ja so... Latina Turner oder so. Ach, das geht ja auch dann dieses um... Und die hast du geschafft. Es geht ja schon auch ein bisschen um dieses noch Können. Also bei Monty Python stelle ich mir vor, dass die da auch die ganze Zeit noch Witze drüber machen. Und dann finde ich... Für sich selber, ja. Für sich selber über den Zustand, in dem sie sind. Und dann könnte ich da, glaube ich, mit leben. Aber wenn da jemand ist, der irgendwie so hochanspruchsvolles Kabarett macht, aber dann die Texte nicht auf die Kette kriegt und auch beim Spielen und in der Performance, dann darf man sowas halt nicht mehr machen. Dann muss er halt... Ja, man darf schon. Ja, nö, also für mich nicht. Ja, gut. Ich bin anstrengend. Du hast dich verarscht gefühlt. Ja, verarscht nicht. Ich fand das halt so ein bisschen peinlich. Vielleicht braucht er das Geld. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also das war in pursten Worten eine Cringe. Sehr zurück. Okay. Da gab es das Wort auch noch gar nicht. Aber der Zustand schon. Warst du denn... Warst du großer Hans-Dieter-Hüsch-Fan? Ja, also der kommt ja vom Niederrein. Und da zu der Zeit war ich noch Fan von gar nichts. Aber ich bin sowieso nicht so... Fan von gar nichts? Ja, Fan finde ich immer so... Ich finde ein paar Sachen toll, aber ich habe eigentlich immer so eine... Also Fan hat ja so ein bisschen... Ja, that is it. Und dann hört er noch nie wieder auf. Und... Ach so. Du meinst, du möchtest jemand gut finden, aber immer die Option behalten, dass er dich plötzlich schwer enttäuschen könnte. Ich weiß nicht, weil früher hätte ich gesagt, ich bin ein Helge-Schneider-Fan. Fand ich geil, wie der das gemacht hat. Heute, aber auch mit so einem Abstand und mit so einer professionellen Sicht, geht der halt immer auf Messers Schneide. Und da habe ich auch schon zweimal gesehen, wie er runtergefallen ist. Und da habe ich, da denke ich, auch so ein bisschen mehr Professionalität in Anführungszeichen. Ein bisschen weniger Risiko, damit man nicht auch runterfällt. Aber ist natürlich klar, wenn ich improvisiere, gehe ich ja immer ein hohes Risiko. Und das kann halt auch scheitern. Er hat ja jetzt letztendlich mit den komischen Konzerten, kann ich mir auch vorstellen, dass das einfach nicht funktioniert hat, diese Strandkorb-Konzerte. Strandkorb oder sowas. Und ich habe ihn im ähnlichen Zusammenhang bei so einem Festival mal gesehen und das war halt auch unruhig. Und das war dann auch nicht so entertaining. Dann gehen Leute raus, dann wird der ein bisschen sauer. Aber das war zu Recht. Und ich würde so sagen, hey, das ist ein Festival. Du kriegst so und so viel Geld und du weißt das. Dann spiel doch deine fucking drei Nummern ab. Aber kann er, glaube ich, nicht, weil er eben, weil er Helge Schneider ist, weil er so ist, wie er ist, weil er in dem einen Bereich halt dann total genial ist. Und das kann er aber nicht einfach eine fucking Nummer spielen. Ja, aber er ist halt, er ist halt auch, wie wir gesagt haben, mittlerweile in einem Alter, wo wir, wo er sich rausnehmen kann, was immer er will. Ne, das sind, das sind, wir müssen es halt ertragen, wenn nicht. Ja, aber ich nicht mehr. Ihm ist, glaube ich, egal. Ja, aber gut, musst du ja nicht. Ich habe ihn noch nie, ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich würde gerne mal sehen. Also er ist ein ganz toller, ein ganz toller Komiker, hat ja auch einen Ansatz, also das ist ja ein musikalischer Jazz-Ansatz, der er eigentlich verfolgt. Und das ist schon geil. Also musikalisch ist das sowieso Genie, ja. Nein, auch nicht, habe ich letztens gehört. Wer hat das denn gesagt? Irgendein Jazzmusiker, der nicht lustig ist? Nein, doch, nein, aber das waren so Jazzmusiker und die haben gesagt, die haben Helge Schneider früher immer nur mitgenommen, wenn auf den langen Fahrten, weil dann war es lustiger mit Helge Schneider, wenn kurze Fahrten, wo es auf die Musik ankam, haben sie immer jemand anders genommen. Boah, aber so, shit, aber so denke ich ja immer, ich denke immer so, ja, oder naja, zumindest am Anfang habe ich ja Musik-Comedy gemacht, da habe ich immer gedacht, boah, ja gut, ich brauche das Klavier, ich bin nicht lustig genug, ich brauche das Klavier und ich darf davor war ich ja Musiker und da habe ich immer gedacht, ich muss was Lustiges machen, weil ich bin als Musiker nicht gut genug. Aber wie dem auch sei, wenn du Hans-Dieter Hüsch magst, ich habe nämlich aus dem Nachlass meiner Oma das neue Programm von Hans-Dieter Hüsch, das war irgendwie im Selbstverlag irgendwie was rausgebracht und so irgendwas. Oh, das ist aber sehr, sehr schön. Ja, ja, finde ich auch und das habe ich dann, weil meine Oma hatte halt ganz viele Bücher von 1800, was weiß ich und was weiß ich und ich habe immer geguckt, sind die was wert oder so und habe irgendwie gefunden, dass dieses Ding schon 150 Euro wert sei, stand jedenfalls im Internet und dann habe ich das auf Ebay gestellt für einen Einstiegspreis 10 Euro und jetzt ist es schon zum achten Mal oder sowas wieder eingestellt und kein Schwein will das haben. Also ich glaube, man muss jemanden finden, der bereit ist, das zu zahlen. Falls ich in einem Podcast höre oder sowas, sagen wir mal, für 5 Euro verschicke ich es. Ja komm, sag doch, du hast doch zumindest 15. Okay, ja, oder wer am meisten bietet, kriegt das alles klar. Ich habe mal bei Hagen Reeter habe ich das mal so gesehen, wie du meintest, mit dem Kein-Ende-Finden, aber da war es weniger das Lebensalter, sondern die Länge der Show. Die habe ich in der Länge noch nie gesehen, aber schon ganz oft gehört und er ist ja auch unglaublich erfolgreich, deshalb bin ich immer so, ja, mach das, die Leute finden es toll, komm wieder. Ich finde, die Vorstellung führe ich da nicht. Er hat einfach nicht aufgehört, also ich verstehe das nicht, also es war gut, glaube ich, und es war halt aber auch in sehr viel anstrengend, weil man sehr viel denken musste, weil es sehr viele Twists und so und sehr hohes Niveau, sehr gebildet und alles und es war halt unglaublich ermüdend, ihm zuzuhören, nicht weil es nicht, weil es irgendwie langweilig war, sondern im Gegenteil, weil es hochinteressant war. Aber das geht halt nicht für drei Stunden und irgendwann hat sich so dieses Interesse halt gewandelt in, wann spielt er denn jetzt endlich was auf dem Klavier, weil er setzt sich ans Klavier und redet und redet und redet, 90 Minuten, 120 Minuten und ich glaube, nach also nach dreieinhalb Stunden, macht er denn eine Pause oder auch keine Pause? Ja, eine Pause war, eine Pause war, aber das ist ja auch schon zehn Jahre her, also über zehn Jahre her. Ja, ich höre das immer wieder und ich stelle es mir halt unglaublich anstrengend vor. Ich bin letztens noch ein Kollege hier, der wohnt auch in Köln, ganz netter Kollege, Thomas Reis, der hat auch immer so lange Programme. Ich finde den toll, ich finde den richtig toll und dann habe ich mir so ein Drei-Stunden-Programm auch mal angehört und mein Gehirn war am Platzen. Also weißt du, wo ich so sage und das war eher schnell auch und das, wie gesagt, das habe ich gesehen und das stelle ich mir bei Hagen Räther halt wirklich genau vor und ich will da immer so schreien, warum? Es ist halt so schade, weil die Leute ja da waren, weil sie ihn toll fanden und haben dann alle gemerkt, okay, das ist zu viel, aber natürlich, wir können doch jetzt nicht aufstehen und gehen. Das heißt also, sie sind nicht gegangen, wo sie wollten, sondern sie sind, sie haben halt versucht, es noch länger zu ertragen und irgendwann ging es dann halt nicht mehr. Da gingen wahrscheinlich auch die ersten Bahnen und sowas und dann sind halt Leute aufgestanden, haben sich natürlich bei ihnen, das war ja in der Beethoven-Halle, weil man so, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Und das war echt, das hat ihn überhaupt nicht beeinflusst, hat überhaupt, war ihm völlig egal. Ja, aber ich meine, der Erfolg gibt ihm ja recht. Also wenn die Leute wiederkommen, die Hallen werden größer, es werden mehr Leute, dann ist es ja auch irgendwann wie so eine CI, wo du sagst, das ist halt der, der immer so lange macht. Oder so lange und sich auch nicht, und dann vielleicht irgendwann ist es ja auch improvisiert. Vielleicht denken die, dann habe ich mehr für mein Geld oder so. Don't ask me why, weil ich bin wirklich so, in den letzten Jahren, man ist ja auch schon lange dabei, ich finde, es muss genau richtig lang sein. Wobei ich, meine Idee, ich habe es ja nicht gesehen bei Hangreta, muss ich mal sagen, die Idee ist ja auch, du sagst jetzt sind zwar viele Twists, aber eigentlich ist das ja nicht viel Inhalt. Also dieses Langsame, da wird ein Satz gesagt, da wird wieder gespielt. Ich hatte so das Gefühl, der hat bestimmt weniger Text als andere in anderthalb Stunden. Aber das ist dann halt so wieder Klappier gespielt und dann so in den Raum. Ja, aber das finde ich ja richtig. Weniger ist mehr. Ja, auf jeden Fall. Nein, aber deshalb, wo ich darauf hinaus wollte, weil dieses Programm muss richtig lang sein. Ja, ja, genau. Das ist ja genauso, wie ich immer mit Leuten gearbeitet habe. Wenn ich eine gute Pointe habe, kann ich vorher eine lange Geschichte machen. Aber wenn die Pointe halt so lala ist und ich habe einen riesen Aufbau und dann kommt so eine Kack-Pointe. Und dann denkst du so, ja. Die fünf Minuten kriege ich nie zurück. Genau, genau. Und dann kommt diese Pointe, die keine richtige ist und du denkst so, ja, das ist einfach, das Verhältnis stimmt nicht. Außer man wollte natürlich genau das. Ja, das können wenige mit Bravour, sagen wir mal so. Es gibt einige, die es können, aber wenige. Ja, es gibt auch so Non-Pointen-Dinger. Naja, also die andere Meinung ist ja immer, leave them hungry. Dass die Shows halt eben lieber halt vielleicht einen Ticken zu kurz sein sollen. Finde ich richtig. Ja, ja, klar. Aber das ist ja sowas, wo du sagst, es gibt halt zweierlei Regeln, glaube ich. Es gibt halt Regeln für dieses Auf-dem-Weg-Nach-Oben-In-Anführungszeichen. Was ist, dass die Leute das weitererzählen. Und wenn du halt oben bist, scheinen diese Regeln auch alle so ein bisschen scheißegal zu sein, glaube ich. Das kann ja auch sein, dass man da vielleicht wieder weg will. Ja, ich glaube auch, dass das alles auch irgendwie ein Stück weit nicht mehr gilt. Wenn du halt irgendwie mit deinem Podcast eine Million Leute hast, kannst du in deiner Live-Show auch machen, was du willst. Weißt du, so vom... Ist das meine Zukunftsaussicht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie viel hast du denn schon? Wie viele Millionen? Also was war kürzlich, auf Spotify habe ich 155 Abonnenten. Ja, das ist doch nicht schlecht. Finde ich auch, ne? Ja, genau. Wenn die jetzt wenigstens mich nicht nur abonnieren würden, sondern den Podcast auch hören, dann wäre ja schon toll. Ja, toll. Ich bin wirklich... Es gibt einen unglaublich schönen Satz. Das ist von Frank Schöbel. Kennst du den? Nein. Ein DDR-Schlagersänger. Ja, natürlich. Den kenne ich alle. Nein, ich hör mal. Es gab in den 16ern so ein Musical, Heißer Sommer. Das habe ich mal im Kino vorgeführt und dann währenddessen so kommentiert, den Film angehalten. Und das ist ein ganz tolles Ding. Also, weil es halt so weird ist, so letztendlich. Und der hatte den wunderbaren Satz, weil bei ihm ging es in der Karriere dann auch mal runter, war in der DDR wirklich ein Superstar. Und da gab es den Satz, die Fans sind eine Macht, egal ob sieben oder acht. Und den ist so ein bisschen, finde ich, ein schöner Satz einfach. Ja, aber das sind auch die alten Gags. Da habe ich Solo gespielt und nächstes Mal hoffen sie, dass zwei Leute kommen oder so irgendwas. Und was ist der mit der Putzfrau? Ja, ist das nicht von dir? Nee, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe so viele Gags schon wieder vergessen. Oh nein. Eigene Gags vergessen? Nein, nein, nein. Der ist aber, glaube ich, nicht von mir. Aber es kommt mir sofort, wenn ich ihn schon mal gehört habe. Nee, ich weiß. Ja, ich weiß, von wem ich den gehört habe. Hier vom, von dem Kleinen, von Sieben Tage, Sieben Köpfe. Ach, von Kalle Bohl. Kalle Bohl, genau. Den habe ich auch schon mal live irgendwo gesehen. Das passt zu ihm. Hat der nicht auch bei deiner offenen Bühne früher? Der hat auch ein paar Mal gespielt. Da habe ich den nicht gesehen. Auf so Mixed Shows wurde er gespielt. Der hatte so ein ganz aufwendiges Programm, wo der immer so ein Bett auf der Bühne hatte. Ach, echt? Das war irgendwie ganz weird. In Mixed Shows ein Bett auf der Bühne? Nein, so Doppelabend oder drei Leute spielen. Also nicht so mit Moderator, sondern eine Zeit lang gab es das mal von so Kulturemtern. Die haben einfach so zwei, drei Leute gehabt. Und dann war das, glaube ich, auch so sneak. Man wusste nicht genau, wer kommt. Also das Publikum wusste das nicht. Und dann haben die einfach so drei Leute vorgestellt. Also für wer den Witz nicht kennt, muss man, ich stelle mir gerade vor, ja, was ist er denn jetzt? Was ist er denn jetzt? Also es ist nur eine Person da und der Künstler sagt halt, wissen Sie was, also dass sie sich die Mühe gemacht haben zu kommen, für sie spiele ich. Und die Zuschauerin sagt dann, ja, aber bitte beeilen Sie sich. Ich bin hier für das Saubermachen zuständig oder sowas. Ja, wie gesagt, das passt schon sehr schön zu ihm. Ich merke gerade, ich kann überhaupt keine Witz erzählen. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich hatte mehr so die Fantasie, da habe ich Solo gespielt, beim nächsten Mal war ein Zuschauer da. Weißt du so. Ach so, genau, so ging es. Ja, ja, ich kann Witz überhaupt nicht. Wer hat dich noch heute gefragt, wie es dir geht? Das war meine Agentin. Sie fing mir den Satz an, ich dachte schon, huch, jetzt kommt irgendwas schlimmer, aber es kam gar nichts Schlimmes. Ach so, genau. Tu, Heinz, setz dich mal. Wie geht es dir? Nein, es war einfach so nett, diese Frage und ich habe das wirklich oft, dass ich dann wirklich drüber nachdenke und nicht dieses, ja, mir geht es gut oder schlecht, sondern ich höre ich dann so in mich rein und frage und gebe den Leuten eine Antwort, warum, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, will ja keiner haben eigentlich. Ja, eben, ich denke immer, also wenn ich gefragt werde, wie geht es dir, dann denke ich immer, oh, du arme Person, hast das gerade gefragt und wenn ich jetzt sage, wie es mir geht, dann geht es dir auch schlecht. Aber wenn es mir dann schlecht geht, sage ich es eigentlich auch, aber ich finde das so als kleiner Spiegel eben, aber ich bin, glaube ich, auch jetzt weniger so, dass man dann so eine depressive Grundstimmung hat, sondern kann so klein sagen, heute war das und das und das und eigentlich geht es mir scheiße, aber ach komm. Ja, aber ich finde, wenn jemand fragt, wie geht es dir, auch wenn er es nicht ernst meint, muss er auch die Antwort akzeptieren. Finde ich so ein bisschen auch, genau. Ja, genau. Aber wo wir gerade vor der offenen Bühne gesprochen haben, das war, glaube ich, das erste Mal auch, wo ich dich gesehen habe, zumindest live, die hast du ja ins Leben gerufen. Eigentlich haben wir die damals erfunden, das war so ein bisschen so eine... Wann war das? Oh Gott, das war ja... Das ist eine gute Frage. Das war ja in den... Also in 90? 1990? 1990, würde ich sagen. Ich würde sagen, dieses Duo habe ich letztes Mal geguckt oder... Aber das ist immer so, mit Zahlen bin ich eher so 94, 95. Ja, ich bin einfach nicht gut in sowas. Also auch, wo so ein Nightwash anfing und so. Also wir waren ein bisschen, wir waren vor Night, so zwei, drei Jahre und dann gab es halt die offene Bühne im Wohnzimmertheater, da war die halt schon relativ etabliert und dann gab es aber nochmal einen Vorlauf von zwei Jahren. Ah, wo war das? Da sind wir in der Südstadt im Spielplatz angefangen mit so einer Mittagsshow am Sonntag zum Kaffee quasi, das war sehr, sehr schön. Und das lief, glaube ich, zwei Saisonen. Dann sind wir in die Künstleretage gewechselt, in die Christophstraße, also auch relativ zentral und haben dann quasi selber ein Theater gemacht, das war so ein Tanzschuppen und da haben wir dann am Wochenende immer das Theater aufgebaut, beziehungsweise wir, ich, habe das aufgebaut, Teppich ausgerollt, Stühle aufgestellt, eine Bühne aufgebaut, Vorhänge hingemacht und so. Und da haben wir ein Jahr gespielt und dann kam der Georg vom Wohnzimmertheater und hatte so irgendwann gesagt, ah, das ist schon nicht, ist ja eben kein Theater und das mindert natürlich auch so ein bisschen mal die Performance oder den Wert der Performance auf der Leute. Und da hat er gesagt, das ist ja eigentlich blöd, die sind so gute Leute so oft, dann kommt doch lieber bei mir ins Theater und da waren wir dann jeden Sonntag. Ja, genau. Ja, also ich bin ja erst 2003 nach Köln gekommen und das war so eins der ersten Sachen, die ich gesehen habe. Ich habe da selber noch überhaupt keine Comedy gemacht. Achso, da warst du noch gar nicht. Was warst du denn da noch, genau? Da war ich fertig mit einem Studium in Hamburg und wollte beim Fernsehen arbeiten in Berlin und bin in Köln gelandet. Oh ja, schön, ich wollte in Berlin arbeiten und dann war ich in Köln. Ja, ich dachte, Köln, Köln wollte ich nie. Köln war für mich eine schreckliche Stadt. Ich war da einmal, also ich habe in Hamburg Musikwissenschaften studiert und da gab es ja noch die Popkom und sowas und da sind wir mal für runtergefahren, weil wir da so halt Tickets gekriegt haben vom Studium und ja, das war ganz nett und sowas, aber für mich und sonst war ich noch nie in Köln. Für mich war Köln immer die Stadt, die diesen blöden Karneval und die kein gescheites Bier hat und die Leute sind so komisch und irgendwie, also ich und alles ist weggebombt und hässlich und sowas. Also ich dachte immer, boah, Hamburg ist super, super schöne Stadt, aber es gibt nur zwei Städte, Hamburg oder Berlin und in Hamburg war ich jetzt, jetzt will ich nach Berlin. So und habe mich bei Fernsehredaktionen und sowas beworben und habe halt nur Gespräche in Köln gehabt und dann habe ich gedacht, naja, was soll's. Ja, okay, ja. Und ja, nach einem halben Jahr habe ich dann Köln auch sehr gemocht. Das ist schön, weil ich mag Köln inzwischen auch wirklich. Klar, es gibt Sachen, die ich nicht toll finde, aber das ist bei jeder Stadt so. Also ich bin jetzt kein Karnevalsfan, immer noch nicht, aber ich finde es super, dass man halt in Köln bedeutend schneller Leute kennenlernt als in Hamburg. Genau, ja, das dauert was länger in Hamburg, das stimmt, das ist richtig. Beim Fernsehen habe ich es dann nur ein halbes Jahr ausgehalten, aber vor allen Dingen bin ich dann zum Arbeiten wieder zurück nach Hamburg, das ist ja das Witzige. Ich habe, ich habe, also ich habe das Studium halt fertig gehabt und habe aber auch, also ich habe insofern schon gekünstelt, gekünstelt, gekünstlert, dass ich für eine Impro-Theater-Gruppe halt Klavier gespielt habe und auch Impro-Theater-Workshops gegeben habe und alles mögliche und so. Und bei der Gruppe habe ich aber aufgehört und dann war ich in irgendeiner Lehre, wo ich nicht wusste, was ich machen soll und dachte, joa, ich will zum Fernsehen. So ist so ein Plan. Und habe mich aber auch als musikalischer Leiter für, auf den, auf den Kreuzfahrtschiffen von AIDA, das war direkt um die Ecke von meiner Wohnung eigentlich. Weil ich habe, 300 Meter Luftlinie war das eigentlich, wo da, wo da die Hamburg School of Entertainment irgendwie das macht und da habe ich mich auch beworben. Und einen Tag, nachdem ich den Job beim Fernsehen angenommen habe, nämlich bei das Jugendgericht, dieselben, die Richterin Barbara Seilichmann mit Dr. Ruth Herz und so. Das ist eine große Karriere gewesen. Habe ich gedacht, habe ich gedacht. Natürlich habe ich gesagt, jetzt fahre ich nach Köln, jetzt suche ich mir eine Wohnung hier und so. Einen Tag, nachdem die mir zugesagt haben, hat mich halt AIDA angerufen, ob ich nicht mal, oder beziehungsweise Seelive hießen die da, ob ich nicht mal zum Vorspielen kommen möchte. Ja, cool. Und alle Freunde so, ey, bist du doof? Mach das, mach das. Und ich habe gesagt, nee, tut mir leid, ich habe jetzt den Fernsehjob beim Fernsehen da, ich ziehe nach Köln, es tut mir sehr leid. Also ich komme jetzt nicht mehr vorbei. Und ich war so, spinnst du? Oh, du könntest mir auf dem Schiff durch die Welt fahren. Und ich meinte, nee, 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 ich gehe zum Fernsehen. So. Und was die dann aber netterweise noch gesagt haben im Telefonat ist, ja, also wenn das mit dem Fernsehen nicht hinhaut oder sowas, kein Problem. Wir suchen immer Leute, melde dich einfach wieder. Und ich denke so, ja, okay, klar. Und im Kopf denke ich natürlich, die hören nie wieder von mir. Ein halbes Jahr später rufe ich natürlich an und denke so, hey, habt ihr noch Interesse? Ja, ist doch cool. Und du warst dann auch da unterwegs mit denen. Die haben gesagt, ja, klar, komm vorbei. Und ich habe in Köln gewohnt, bin einfach nach Hamburg zurück, da wo ich gewohnt habe, habe davor gespielt, habe gedacht, okay, jetzt werden die sich aber nie mehr bei mir melden, weil ich habe da so scheiße gespielt. Spiel doch mal ein bisschen Bar-Piano. Und dann habe ich Girl from Ipanema gespielt. Und dann lies doch mal da die Noten. Und ich habe mich echt blöd angestellt. Und die haben aber dann am nächsten Tag schon angerufen und haben gesagt, ja, also es ist zwar noch keine definitive Zusage, aber ich kann jetzt schon sagen, das fanden wir gar nicht schlecht. Das ist doch cool. Ja, und seitdem bin ich dann fünf Jahre da. Aber ich habe immer noch gedacht, ich habe jedes Mal gedacht, boah, ich kann überhaupt nichts. Ich bin total schlecht als Musiker. Ich habe da nie, also die Show-Ensembles, die ja auch mit verschiedenen musikalischen Leitern rumfahren haben, haben auch gesagt, boah, mit dir macht am meisten Spaß. Auch die Liederabende und sowas ist toll, alles geil und so. Ich habe das nie, ich habe das nie akzeptiert. Ich habe immer, wenn ich dann andere musikalische Leiter gesehen habe, habe ich immer gedacht, ja, aber die können wirklich Klavier spielen. Ja, bei mir ist das ja auch so ähnlich. Ich bin ja auch kein gelernter Musiker oder so. Ich habe immer meinen Gitarren-Scheiß-Kram da gespielt. Und ich glaube, man muss dann einfach sehen, das was man natürlich, würde ich ja sagen, nein, ich bin kein Musiker, aber im Entertainment dann auf der Bühne im Vermitteln, zehnmal besser als viele andere, die ein Instrumental was können, wo du denkst, das ist ja die Hölle, man schämt sich im Grund und Boden, sich überhaupt als Musiker zu bezeichnen. Ich sage doch mal so Klampfer und was weiß ich. Aber das ist natürlich auch eine Qualität. Das ist der Jongleur-Effekt. Bei den virtuosen Leuten, oder was meinst du jetzt? Ja, ja, klar. Sie müssen was weiß ich in ihrem Kämmerchen da sitzen und üben, 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 aber für was? Genau, genau. Und dann sind es halt fünf Minuten und, also beim Jongleur, meine ich jetzt. Und dann denkst du, dein ganzes Leben für eine Fünf-Minuten-Nummer. Interessanter wird es nicht. Okay, er rüft die Bälle hoch und er fängt sie wieder. Okay. Ja, und dann jetzt vier und jetzt fünf und dann sieben und dann vorbei. Also wenn... Warum nicht mit sechs? I don't get it. Wenn es ein Weltklasse-Jongleur ist. Ja, also, ja, so ist das mit der Eigenwahrnehmung. Ja, aber ich finde, man muss das aber auch annehmen. Wenn die sagen, mit dir macht es Spaß, das ist ja auch eine Qualität. Ja, ja, genau. Ja, es ist aber jedes Mal so, wenn... Also ich habe ja zwei Musik-Comedy-Programme gehabt und wenn dann halt andere Comedy-Kollegen, die nur Stand-Up machen, nur, siehst du, jetzt mache ich es selber, die Stand-Up machen, ankommen und sagen, boah, mach doch was am Klavier, du spielst so geil Klavier, also das ist ja wahnsinnig virtuos, wie du so schnell... Also unglaublich, du bist ein richtig guter Musiker. Dann kann ich das nicht annehmen, weil ich immer denke, das sagt ihr nur, weil ihr selber keine Musiker seid. Ihr habt doch keine Ahnung. Was wisst ihr denn? Warum gebt ihr mir so ein blödes Kompliment? Sie finden es halt gut. Also ich habe jetzt eher so im Laufe der Jahre die Haltung entwickelt. Und dann kommst du so, ja, ich werde dir nicht sagen, dass das nicht stimmt. Ich verhalte es für mich. Genau. Ja, wahrscheinlich, vielleicht haben ja die richtigen Musiker einfach andere Tricks auf Lager. Vielleicht wissen wir die ja einfach nicht. Nein, ich glaube einfach, dass das vollkommen egal ist. Das ist einfach, was sind denn Leistungen? Das entsteht ja wirklich immer im Auge von dem, der dazu guckt. Und das ist scheißegal. Warum soll ich jemand, der das denkt, dem das verderben? Ich weiß es ja selber. Auf keinen Fall nicht. Vor allen Dingen, es ist ja eine unglaubliche Arroganz, das zu tun. Ja, ja, klar. Also wenn man ein Kompliment kriegt, dann muss man das annehmen. Genau. Egal, was es ist, weil es ist schon mal, es ist total schwer, Komplimente zu geben. Und wenn man Komplimente gibt, dann ist das eine super Ehrlichkeit, der Person, die man es gibt, gegenüber öffnet. Genau. Und wenn man dann mit so einem Block kommt, allein so, ach, das war doch gar nichts. Also ich fand es heute nicht so. Nein, das geht gar nicht. Aber ich musste das auch lernen, das anzunehmen und ich habe auch gelernt, mich da wirklich drüber zu freuen, weil das eben eher so, ich meine, man macht das ja jetzt schon ziemlich lange. Und es gab halt viele Abende, die einfach gerockt haben wie Sau, wo du irgendwie denkst, dann hast du viele Leute und es ist so, ja, man gewöhnt sich da auch dran. So, dass es eben einfach rockt, dass es geil ist und so ein persönliches Kompliment hat immer aber eine ganz andere Dimension als so ein Abend, wo du irgendwie denkst, ja, woran hat es jetzt gelegen? Manchmal, wenn man es analysiert, denkt man ja, war halt einfach insgesamt eine geile Show, da bin ich auch gut angekommen. Oder manchmal denkt man, ja, die anderen waren heute aber auch richtig schlecht. Kein Wunder, dass die wir so gefeiert haben. Weißt du, also ist ja immer, für sich selber hat man ja immer so blöde, so blöde Kommentare, aber so ein echtes, mir hat es gefallen und das finde ich ja auch, wenn wir noch ein anderes Thema, dieses mir hat es gefallen ist auch voll okay, genauso wie mir hat es nicht gefallen, wie eben im Gegensatz zu so einem... Egal, was die anderen sagen, mir hat es gefallen. In der Form würde ich auch nochmal drüber nachdenken. Aber das ist ja auch so oft, wenn Leute irgendwas kritisieren, da fehlt ja dieses Persönliche, dass sie sagen, die sagen ja dann auch oft, wenn ihnen was nicht gefallen hat. Oh, das mag ich, ja, ja, ja. Und das ist ja, finde ich, auch ganz schrecklich, weil ich sage, ja, dann, mir hat das nicht gefallen, kann ich immer annehmen. Das ist völlig okay, aber das ist nicht lustig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, stimmt, da hast du recht. Aber gerade beim Persönlichen finde ich es cool bei Shows, wo man nicht mit so einem guten Gefühl rausgeht. Also es gibt ja manchmal so die Abende, wo man denkt, hm, heute war es Publikum, aber irgendwie so ein bisschen mau. Oder was ist, woran lag es? Ich kriege es nicht richtig irgendwie. Irgendwie war da nicht. Und dann, komischerweise, sind das oft die Abende, wo sich mehr Leute beim Newsletter anmelden oder wo mehr Leute beim Ausgang sagen, oh, das war aber schön oder so was. Und dann denke ich so, dann denkt man natürlich auch so, okay, hä, warum hast du das jetzt nicht gezeigt oder so irgendwas? Aber nee. Ja, oder man könnte ja fragen, warum habe ich es nicht gemerkt? Warum habe ich es nicht gemerkt? Genau, das ist das dann Richtige. Ja, vor allen Dingen, weil Wahrnehmung eh so eine Sache ist, die ja für jeden ständig anders ist. Für den einen kann das Abend der Tag, der beste Tag des Lebens gewesen sein und du sagst so, ja, heute war nicht so. Ja, das finde ich spannend, weil das ist, ich tritt ja nächste Woche bei dir auf oder wann immer das gesendet wird. Nein, du bist gerade bei, hey, war super, es war ein unglaublicher, und das ist genau mein Thema. Also ich finde es halt auch so spannend, weil es ja ein Open Mic ist, eben sowas mal auszuprobieren sozusagen und so ein bisschen von so einem wissenschaftlichen Aspekt da dran zu gehen, wie das halt funktioniert mit Wahrnehmung und so weiter und so fort, Selbstwahrnehmung, wovon das abhängig ist. Es finde ich jetzt lustig, dass wir da auch gerade hinkommen, weil ich so... Warum machst du jetzt meine, wieso ist dein Auftritt mental mal die, oder? Nein, nein, ich hatte so einen Artikel gelesen und ich fand das einfach super spannend und da waren super spannende Untersuchungen, die er gemacht hat, wo ich gesagt habe, das ist einfach so ein Ding, wo ich sage, beim Open Mic kann ich ja mal gucken, genau dieses Ding, das wird jetzt nicht eine Hammerpointe nach der anderen haben, aber wenn man das im Programm spielt, hätte ich schon das Gefühl, dass der eine oder andere nach Hause geht und sagt, das wusste ich noch nicht. Oder das hat jetzt wirklich meinen Horizont erweitert, das habe ich halt gedacht, als ich den Artikel gelesen habe. Ja, genau. Und warum nicht teilen? Genau, und warum das nicht teilen und eben auch, dafür ist man ja lange genug dabei, da noch ein paar Pointen reingebaut kriegen, es ist halt nur immer ein schwieriger Schritt, damit dann auf die Bühne zu gehen, wo man halt, das ist jetzt kein Point. Immer noch? Ja, immer noch, ich finde das immer noch, ich trainiere das seit Jahren, wirklich auf die Bühne zu gehen, um absichtlich nicht lustig sein zu wollen, weil ich das eben, finde ich sowieso viel besser, wenn man, wenn das einen Inhalt hat, was man macht und nicht, ich erzähle jetzt hier Pointen und ich bin witzig, ha, 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 ha. Ja, aber für mich hat die Comedy eine höhere Qualität, wenn es diese, wenn es diese zweite Ebene immer gibt und ganz viele Kollegen, oder jetzt kein Bashing, sondern einfach, wenn man das lange spielt oder wenn man lange immer die gleiche Nummer spielt, merkt man, wie diese Haltung verloren geht, der Inhalt dahinter und da weiß man genau, bei dem und dem Timing wird gelacht und ich finde das eigentlich, das ist halt 10% weniger Qualität. Es macht einem selber dann auch weniger Spaß. Ja, man sieht ja, viele Leute sind da auch irgendwann abgespielt, die merken so richtig, die haben den Inhalt zur Nummer, zu der Witzigkeit, zu dieser Idee, die da irgendwann mal hintergestellt hat, wenn du es irgendwann 300 mal gespielt hast, dann ist halt, sind das nur noch Worte und Timing. Ja, aber, also das ist, das denke ich auch bei alten Nummern von mir, da habe ich halt auch keine Lust mehr, die zu spielen, weil ich denke so, okay, die habe ich jetzt oft genug gespielt, aber die neuen Nummern sind halt nicht so lustig wie die alten Nummern. Ja, aber man kann ja auch auf der Suche gehen nach dem Inhalt dahinter, dieser, da gab es ja, die waren ja irgendwann mal, hat man ja, und hatte diesen Bezug und deshalb finde ich eben dieses Probieren für mich immer hoch rausgehen und nicht lustig sein zu wollen, sondern lustig zu sein. Ja, ja, ja. Und das ist nach wie vor immer noch sehr, sehr schwierig, finde ich. Das ist halt eine Lebensaufgabe. Ja, also ich glaube, ich bin schon ein bisschen weitergekommen, weil man würde ich auch jetzt in, nein, würde ich auch in anderen Zusammenhängen dann eben. Das sind ja fast 30 Jahre, weißt du. Ja, ja, aber auch dann Sachen gemacht, wo man dann mal eben nur Musiker war oder wo man auch, ja, zu verschiedenen Workshops habe ich letztens mal gegeben, wo es ja auch dann um Wissensvermittlung geht, wo ich dann ja auch nicht der Spaßbold da vorne bin. Nein, aber ich habe immer diesen Gag-Zwang, wo ich mich innerlich dann immer so prügele, du musst doch jetzt gar nicht Gags, aber du hast ja einen Inhalt, du willst ja hier was den Leuten beibringen. Aber wie bist du zu diesen Workshops gekommen? Och, das war irgendwann, ach, die Workshops waren, ich hatte irgendwann mal Kunst in der Schule gemacht, weil ich hatte ja ein ziemlich, ach, so ein literarisches Programm mit Sachen von Goethe, Schiller und Kleist. Und dann haben wir irgendwann, weil es mir auch ein bisschen so ein Anliegen war, zu sagen, dass Sprache eben auch Spaß machen kann oder auch Unterricht oder auch Klassiker können Spaß machen. Das ist mir in der Schule vollkommen abhanden gekommen, dieser Spaß da dran. Jetzt bei meinen Kindern ist es wieder so, wenn ich das sehe, meine Tochter liest gerade Kabale und Liebe und es ist die Hölle. Also ich meine, weil es halt einfach so weit weg ist und man müsste, glaube ich, man könnte, glaube ich, ganz viel spielerische Elemente finden, um das näher zu bringen, das zu vermitteln. Von dem, was sie mir erzählt, passiert da nichts. Und dann habe ich gedacht, ach, das wäre doch toll, wenn man das quasi in der Schule wie so ein Workshop oder so irgendwie machen könnte. Und dann haben wir das angeboten und, ach, das ist, da reint man in der Schule so ein bisschen wie gegen eine Wand. Also wenn du irgendeinen Lehrer hast, der Bock hat, das zu machen, dann machst du das und dann finden das auch alle toll. Aber um das anzubieten, ist irgendwie schwierig. Und dann habe ich halt gesagt, dann gab es so einen Workshop, Kunst in der Schule, das wurde vom Land NRW angeboten. Und dann habe ich mich da mal qualifiziert und habe das irgendwie gemacht. Und es war halt auch immer nur ein Spleen, weil eigentlich bin ich fully booked. Ich hatte so die Fantasie, ach, wenn du doch jetzt in Stuttgart bist, kannst du da auch am nächsten Morgen nochmal in die Schule gehen. Weil das ist vollkommen abwegig. Wie hast du da irgendwie so eine pädagogische Zusatzausbildung gemacht? Ja, das war so ein Workshop über drei Wochenenden oder irgendwie. Das wurde auch finanziert vom Land und so. Das war total nett. Da waren so viele, habe ich auch viel gelernt, fand ich auch spannend, so eben den Blickwinkel von der anderen Seite zu haben. Das war, das war richtig cool. Aber wie gesagt, letztendlich hat das nie was gegeben, weil es ist halt, wir sind in Deutschland. Irgendwo hinzugehen und sagen, ich bin da, habt ihr nicht Bock, das zu machen? Der ist ein Organisationsapparat. Man könnte einfach sagen, wir machen das, können die aber nicht. Weißt du so, wo du irgendwie sagst, ey, ich will doch nicht viel Geld haben. Weißt du so, im Sinne von, ist doch scheißegal, ich bin sowieso da und mir ist das ein Anliegen, eine Herzensangelegenheit. Egal, scheiß. Und dann habe ich aber über verschiedene andere Zusammenhänge, das wird das jetzt, glaube ich, sprengen, in Luxemburg ein paar Leute kennengelernt. Hatte da auch ein Wohnzimmerkonzert gemacht. Das waren auch irgendwie so Leute von den Medien. Und der beste Freund wieder von dem, der ist in Luxemburg im Ministerium, im Kulturministerium. Ach guck. Und der hat einfach gesagt, machen wir. Ja, ist nicht. Und dann war ich zweimal in Luxemburg, habe da Workshops für Lehrer gegeben. Die haben so eine kleine Tour auch gemacht in den Schulen mit drei, vier Auftritten. Es gibt mehrere Schulen in Luxemburg? Es gibt mehrere, viel mehr, als wie man denkt. Ich habe da auch viel über Luxemburg gelernt. Das ist zwar sehr, sehr klein, aber doch viele Schulen. Ich verstehe das auch nicht. Also, wenn ich auch an eine eigene Schulzeit zurückdenke, es gibt kaum was Langweiliges als Geschichtsunterricht. Und es gibt kaum was Spannenderes als Geschichtsdokus im Fernsehen. Natürlich. Ich verstehe das nicht. So Netflix-Geschichtsdokus. Nein, Netflix vielleicht. Nein, aber es gibt nicht. ZDF hier. ZDF Neo. Geschichte war immer mein Lieblingsfach. Ach so. Nein, aber nicht wegen dem tollen Geschichtsunterricht, sondern weil es mich einfach selber so diese Vorstellung da vor hunderttausend Jahren an der Programme... Ja, absolut. Oh Gott, was bin ich? Ist das dein Handy? Ist das dein Telefon? Ich mache aus. Was? Ich mache aus? Nein, ich mache aus. Ach, du machst aus. Nein, du kannst aber auch drangehen. Dann ist das Teil des Podcasts. Okay. Hallo Frank. Ich bin gerade im Podcast, aber wir können reden. Ich muss dich nur lauten. Live on tape. Hallo. Was kann ich gegen dich tun? Nein, du wirst jetzt versendet irgendwann, aber es ist egal. Ich habe dir ja schon geschrieben. Hast du es schon gelesen für unser neues Projekt? Ja, ich habe... Ich bin gerade am Computer. Ich kam gerade zurück und habe eben das Ding angeschmissen und sehe, dass du Vorschläge gemacht hast für den Namen. Genau. Dann guck doch einfach mal, was dir dazu einfällt und dann können wir nochmal telefonieren. Okay. Dann gehen wir hier schnell durch. Genau. Und ich erkläre den Leuten hier, worum es geht, damit... Genau. Sag mal, liebe Grüße. Ja, sag mal, du bist jetzt on. Sag mal, man kann dich hören. Ist das ein Frankreich? Ja, hallo ihr Lieben. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf und bleibt immer schön negativ, indem ihr positiv denkt. Genau. Und jetzt, du bist ja Bauchredner, mach nochmal was als Bauchredner. Das ist das Fest im Backreich. Welcher Blödsinn man ja nicht. Richtig reagiert. Vielen Dank. War das richtig? Wir telefonieren nochmal in Ruhe, ne? Was? Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Alles klar. Ich melde mich bei dir nochmal in Ruhe, ne? Ja. Und tschüss. Genau. Ciao. Was für ein Dialekt war das denn? Fränkisch? Der kommt aus Idar-Oberstein. Was ist das? Ach, Idar-Oberstein. Das ist Hinterpfalz, oder? Ja, ja. So falsch. Da komme ich doch her. Da haben wir uns das nicht gehört. Du kommst auch aus Idar-Oberstein. Nein, Odenbach. Odenbach. Das ist in der Nähe von Meisenheim, was in der Nähe von Bad Kreuznach ist. Ach, da oben. Ja, okay. Ja, ja. Das ist die Ecke. Das hättest du hören. Oh Mann. Oder vielleicht ist der da auch nicht geboren. Das weiß ich nicht. Also der wohnt da jetzt. Ah ja, gut. Keine Ahnung. Beschreibungston, wenn der dabei ist. Der ist ja im Fernsehen auch immer. Der ist bei uns am Fernsehen ja immer eingeschaltet. Und jetzt hat er eine Puppe in der Hand. Die Puppe ist sehr lustig. Sie besteht aus einem Socken und zwei Knöpfen. Und er bewegt seine Hand. Nein, ich weiß nicht. Nein, es könnte. Sag mal, aber hast du eigentlich, also du hast, das war alles, was, also in den Mitte der 90er Jahre Comedy und das war alles. Oder hast du vorher irgendwas anderes gemacht? Nein, ich bin ja, ich habe Medizin studiert vorher. Ach ja? Habe das auch zu Ende gemacht. Ach krass. War dann, das war ein bisschen, ich hatte so. Ich bin alt, 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 unglaublich. Ich hatte wirklich darüber nachgedacht, mein nächstes Programm zu nennen. Weil ich meine. Too young to die, too old for YouTube. Wegen, wegen, das war gar nicht Meatloaf, das, too old to. Das war, das war Jethro Tile, genau. Ja, 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 too old to rock and roll, too young to die, genau. Nee, aber sorry, weil Medizinstudium dauert ja auch schon mal 16, 17. Ja, fünf, ihr Semester, also sechs, sieben, also normale Studienzeiten, glaube ich, sechs Jahre. Ich habe sieben, aber auch bei dir vielleicht. Also bei mir waren es 16. Okay, okay, okay. Und ich hatte aber schon das Gefühl, dass es nicht so richtig ist irgendwie. Also ich fand das Fach super, also dieses Lernen, wie der Mensch funktioniert. Aber zum Ende hin merkt man ja immer mehr, dass es ein Beruf im Krankenhaus ist, der unter bestimmten Bedingungen stattfindet. Man sieht ja jetzt auch, wie das Gesundheitssystem sich entwickelt hat. Das hat sich da alles schon abgezeichnet. Und ich hatte auch das Gefühl, die werden nichts ändern, haben ja auch nichts geändert. Also mein Gefühl ist alles richtig gemacht. Und da ist halt jedem hoch anzurechnen, der es trotzdem macht. Also der nicht gesagt hat, pff, Medizin, ich mache lieber Comedy. Ja, naja, für mich war es schon ein, also die kommen wir, die kam später. Also für mich war wirklich so dieses, ich habe am Ende des Studiums gemerkt, mich macht das krank. Und ich kann jetzt nicht sieben Jahre gelernt haben, dass Psyche, Körper, ich meine, das ist nicht so ein Schwerpunkt bei uns in der Medizin, aber es kommt schon auch vor. Und ich habe das jetzt gelernt und ich kann nicht hingehen und einen Job machen, wo ich spüre, dass er mich sehr wahrscheinlich krank machen wird. Einerseits vom Job, andererseits aber auch so, wie ich bin. Weil einfach für mich dieses regelmäßige 80 Stunden Arbeiten, was ja im Arztberuf oft ist, allein die Vorstellung macht mich schon krank, gefangen zu sein in so einem Apparat. Also es ist jetzt nicht nur die Medizin, sondern auch wie ich bin halt. Und dann war für mich klar, ich kann das nicht machen, wenn ich nicht krank oder tot unglücklich werde. Und wie war, aber wie bist du dann auf Comedy gekommen? Ich hatte eigentlich schon immer Comedy gemacht. Also wenn man das jetzt so rückblickend gesehen hätte, war die erste Band, haben wir irgendwie mit 15 gehabt. Und da haben wir auch schon immer, also das war so richtig Trash. Die Band hat man gehört wegen der Anmoderation. Genau, so ein bisschen. Aber das war so Trash-Punk. Die Musik war wirklich, aber wir hatten wegen der Anmoderation und der Show. Wir hatten halt irgendwie, weiß ich nicht, nur so eine, die ja Show mit selbst gemacht waren, mit komplett weißen Klamotten. Wir waren die Projektionsfläche. Das war so weirdes, beklopptes Zeug. Und das war aber schon immer so das Entertainment Show hat Spaß gemacht. Aber das war die eine Sache. Und die andere war, beim Abi hatte ich mit zwei Kollegen quasi, also heute würde man das Comedy-Trio nennen. Wir haben einfach gesagt, komm, wir machen irgendeinen Scheiß. Und daraus hat sich dann eigentlich entwickelt, dass wir so Straßentheater gemacht haben. Auch immer wieder engagiert worden sind auf so Geburtstagsfeiern von Tante Trude, die 50 wird und so. Die fanden toll, was wir gemacht haben mit so ein bisschen jonglieren, Feuerspucken. Ach was? Aber eigentlich lustig. Also es waren so lustige Schlagerparodien, die wir gemacht haben. Und da waren wir eigentlich sehr erfolgreich mit, mit dieser bekloppten Truppe, die wir gemacht haben. Was machen die anderen beiden jetzt? Der eine ist in die IT gegangen. Die haben beide Maschinenbau in Aachen studiert. Und sie konnten sich, glaube ich, nicht für diesen Weg entschieden. Ich hätte das gerne auch mit denen gemacht. Und ich fand die auch viel witziger als mich in diesem Zusammenhang. Aber nachher ist mir klar geworden, deshalb haben die es auch, glaube ich, nicht gemacht. Ich habe fast alles geschrieben da. Also diese ganzen Ideen, dieses Hintergrund, wie macht man Nummern zusammen, kam halt, weiß ich nicht, Prozente kannst du ja nicht sagen. Aber ich glaube, in so hohem Maßstab von mir, dass die anderen gesagt haben, ja, was ist denn jetzt? Macht man so eine Gruppe und dann trennt man sich irgendwann und wie geht es dann weiter? Und da war leider dann der Mut, mich da dazu zu machen. Und auch, würde ich mal sagen, bei dem Werden von dieser Gruppe war es halt so, dass ich da auch immer noch dieses Auftritte organisiert habe. Und ich glaube, wenn die an dem auch noch mitgezogen hätten, dann wären wir auch viel erfolgreicher gewesen. Aber das war, das ist alles an dir hängen geblieben. Ja, und man hätte, also heute, wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, man hätte zu dritt so viel schaffen können. Ja, meinst du? Doch, also wenn ich zum Beispiel, für mich ist immer so eure Mütter das Beispiel. Da hat jeder sein Ding, einer ist Social Media, einer ist unglaublich geil da drin. Und ich finde die gut, aber das war immer so, eure Mutter, Plakate, mega geil, alles toll. Heftig, ja. Und dann, es ist einfach nur eine Dreier-Comedy-Truppe. Weißt du, es ist nix, also ich... Aber die sind super. Ich finde es nix, also für mich ist es jetzt nix, es gibt ja auch keine Vergleiche. Ja, eben, deswegen, das wollte ich sagen, das sind die, also bei denen funktioniert es als Dreier-Truppe. Aber ich kann, irgendwie ist es nicht meistens so, bei irgendwelchen Gruppen, dass die Trennung unweigerlich bevorsteht, weil irgendjemand Solo macht. Es ist doch bei der Musik genauso, mit Destiny's Child und allem. Ich weiß, also wie gesagt, es ist ja, ich finde es da halt so toll, weil da funktioniert es und ich habe ein paar Mal mit denen auch zusammengesessen und ist in seinem Bereich Marketing und so auch richtig gut. Also, weißt du, wenn Plakate-Management und CI, alles geil, Corporate Identity. Ach so, wow. Und eure Mütter ist ja auch einfach ein toller Bandname oder ein toller Name für eine Gruppe. Die Plakate, es war alles, alles richtig. Und dann hat man natürlich, wenn wir das auch gehabt hätten, also so zu dritt, also die beiden anderen auch so... Aber wahrlich. Nö, leider nicht. Auch Mensch. Aber total geile, immer noch meine besten Freunde und das war so eine Freundetruppe und ich glaube, deshalb waren wir auch in Anführungszeichen so gut, weil das halt dieses Ganze, was ich meine jetzt heute oder ich habe mir dann, nachher macht man sich natürlich Gedanken darüber, warum ist das damals so, also wir hatten super angekommen. Also wir waren da in, wir sind hauptsächlich in Aachen aufgetreten, weil die beiden da studiert haben und da gibt es halt einen ganz tollen Marktplatz, wo abends auch ganz viele Studenten sind und da hatten wir, weiß ich, beim Straßensicht hat da drei, vierhundert Leute und haben auch richtig Kohle gemacht, wenn wir da gespielt haben. Und nachher, wenn man ja so lernt, eigentlich denke ich, habe ich immer so gedacht, wir waren da eigentlich scheiße. Nein, aber wir waren gut, weil dieses Ganze, was man sich mühsam erlernt, diese Beziehung untereinander, dieses Kleine, das war alles richtig, weil wir waren Freunde. Ja, man hat dann auch, man hat dann halt dadurch, dass man befreundet ist, schon das richtige Timing untereinander. Genau, 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 so dieses, was ja heute, wenn ich irgendwie, mein Sohn ist Fan von Pete Smeet, kennst du Pete Smeet, ist so eine YouTube-Gamer, oder? Ja, mega berühmt, also die haben, zwei Millionen Follower bei YouTube, keine Ahnung, und die haben angefangen, die haben halt so Spiele, die spielen immer Spiele untereinander und das ist eine Firma, also die machen inzwischen, glaube ich, dreimal die Woche, kochen die miteinander und die haben auch meinen Sohn so mitgenommen in dieser Zeit von, mein Sohn ist jetzt 21, der hat die kennengelernt, da war er 15, die sind jetzt auch 30 oder so und die kommen auch vom Niederrhein, genau wie wir und du merkst, das ist das Gleiche, eigentlich die, das sind Freunde, die haben ja irgendwas gefunden und da ist auch wieder dieses, ist dann mit einer, mit einer hat dann auch immer so, weißt du, dann macht der den Computer, der macht das, du musst immer, jeder muss seine Aufgabe haben oder auch das auch wollen, ich glaube, bei uns war auch das Problem, ich wollte das, die beiden anderen wollten am Ende eigentlich auch Maschinenbaustudent oder Ingenieur werden, so letztendlich. Jetzt würde mich am Ende noch interessieren, wie diese Shows, die Anfangshows bei der offenen Bühne oder beziehungsweise was du da vorgemacht hast, was das, was, was das für Acts waren, weil, ähm, hat es ja irgendwie schon, also damals war ja nicht alles Stand-up, so irgendwie, das hat sich ja irgendwie ganz. Also die Grundidee war, äh, anders entwickelt, ne? Ein bisschen auszuholen, das war ja wirklich sozusagen, ich hatte das, ich war in London, hatte das da irgendwie gesehen, fand es unglaublich geil, war davor auch, weil mich da eine Bekannte mitgenommen hatte, bei der scheinbar in Berlin gewesen. Ah, ja, ja, ja. Und fand das eben auch geil, dass es das gibt und auch diese Freiheit, jeder darf auftreten und es gibt keine, keine Beschränkungen, weil es in Deutschland sonst auch immer so schrecklich einengend ist, dieses, äh, ich hab ja mal gesagt am Anfang, äh, wenn du nicht auftrittst, wirst du nicht gut und wenn du nicht gut bist, darfst du nicht auftreten. Darfst du nicht auftreten, genau. Und das ist ja irre, es muss ja irgendwie geübt werden. Und wie gesagt, dann war die Idee, das selber zu machen und da das ja wirklich in Köln eine absolut neue Idee war, die es da irgendwie noch nie so in der Form richtig gegeben hatte. Oder wenn man nachher recherchiert hat, gab es sowas schon immer, aber in dem Augenblick gab es das in der Form nicht. Und dann haben wir halt gesagt, ach, ich rufe jetzt einfach auch Künstler an und frage, willst du da nicht? Dann haben wir, da waren Bauchtänzer, jeder, der irgendwas konnte, hab ich am Anfang dann eben auch angerufen und dann haben die halt auch ein bisschen Werbung mitgemacht und dann hab ich so gesagt, ach, wenn da vier Acts sind, jeder bringt zehn Leute mit, da können wir schon loslegen. Das hat natürlich langfristig nicht funktioniert, weil die Freunde von welchen, die was machen, die waren irgendwann, kommen die nicht mehr. Aber damals hat das irgendwie ganz gut funktioniert und wir hatten da tolle Sachen. Wir hatten einen, so einen Löffler, der mit Löffeln gespielt hat. Wir hatten, ach, wir hatten eigentlich. Die Hörer haben jetzt natürlich nicht die Geste gesehen und die denken jetzt so, wie, der hat mit Löffeln gespielt, also der mit Löffeln Musik gemacht hat. Also mit Löffel Musik gemacht zu, Spoonman von, wie heißt der, von so einer Heavyman, der Heavyband-Name vergessen, so in Richtung Pearl Jam gab es damals. Also Spoonman und das war sehr, sehr lustig, weil der war aber auch schon älter und hat dann zu dieser voll abgefahrenen Hardcore-Musik halt mit seinen Löffeln da gelöffelt. Das war sehr lustig. Krass. Und da waren halt ganz viele skurrile Sachen. Irgendwie ein Hafenist, der da gespielt hat und komplett abgedrehte Sachen gemacht hat. Und der Höhepunkt war einmal, da war dann auch ein Karnevalist und der Hafenist hat den Tusch auf seiner Harfe gespielt. Das ist aber etwas, was ich nie vergessen werde. Und dann im Vorgespräch war so irgendwie immer so dieses, der Hafenist, ich weiß nicht, was ich muss nicht machen, wenn es lustig ist, mach es einen Tusch. Und dann hat der Karnevalist immer Sachen erzählt und so, mh, po on, und dann kam kein Tusch und der immer so, jetzt, ich bin immer zugelegt, jetzt muss ich, jetzt muss ich. Und der Hafenist hat gesagt, ich dachte, wenn es lustig ist. Genau. Aber das wurde so mehr nonverbal gespielt und das hatte natürlich eine unglaubliche Lustigkeit. Krass. Und das war vor Nightwash? Lange vor. Ich sag, das waren so drei, vier Jahre vor Nightwash. Aber die wollten dann auch, da hast du ja auch, warst du ja auch direkt am Anfang. Ja, ganz arg, also nicht ganz am Anfang, es ist, glaube ich, ein halbes Jahr oder so gelaufen. Ich hatte mich erst... Wie heißt der Platz? Brüsseler Platz. Brüsseler Platz. Genau, genau. Und da habe ich mich erst geweigert, hinzugehen, weil es umsonst war. Und das war so, das war so, das ist irgendwie Perlen vor die Säule. Dann haben wir ja da immer nochmal... Du hast direkt Eintritte genommen. Ja. Zwei D-Mark. Wenig, aus Respektsgründen. Aber so ein bisschen fand ich immer... Ja, ist doch korrekt. Wobei es halt, wie es immer ist, manchmal sind dann... Ich hatte mit Knacki irgendwann nochmal geredet, er meinte, es wird einfach nicht gehen, weil es dann öffentlicher... Es ist ja im öffentlichen Raum und dann ist es eine Veranstaltung und da musst du Auflagen erfüllen und so weiter. Als es ein Waschsalon war. Und deshalb hätte man dann einen Fass aufgemacht, wenn man Eintritt genommen hätte, was er nie wieder zugekriegt. Das Ordnungsamtamt am... Ja, ja, ja. Und so kannst du es einfach machen. Kein Eintritt, kannst du einfach machen. Und es war ja auch so, dass die... Es gab ja kein Problem mit dem Respekt. Also der Respekt des Publikums war ja immer da. Es war ja immer voll. Und diese ganzen Fragen, um die es eigentlich geht beim Eintritt, waren da nie ein Problem. So. Und deshalb war es dann eigentlich... Habe ich mir jetzt einmal angeguckt, fand es okay. Und es hat einfach unglaublichen Spaß gemacht, da zu spielen, weil die Leute halt durch die Decke gegangen sind. Also weißt du, wenn man eine normale Nummer irgendwo gespielt hat, die gut ankommt, dann ist die da dreimal so gut angekommen. Ja, ja, ja. Wie geil. Ja klar, wenn du eng zusammen mit dem Waschsalon sitzt, was willst du machen? Danke, ja. Aber ich finde immer, bei Eintritt frei finde ich immer das Problem, also viele sagen ja so, viele, die Shows anfangen, sagen ja so, ja, ich muss erst mal Eintritt frei machen, damit Leute kommen. Und das ist Quatsch. Weil dann ist es eigentlich schwerer, erst mal Leute hinzukriegen. Wenn du direkt Eintritt verlangst, denkst du, oh, was ist denn das? Das ist bestimmt was wert. Ich bin gegen Eintritt frei, aber es gibt ja auch Eintritt frei Shows, die laufen und wo ich denke, aber ich finde einfach... Ja, die Sache ist nur, die Veranstalter, die dann sagen, ja, ich muss Eintritt frei am Anfang machen, aber ich, klar, nächste Show nehmen wir dann Eintritt oder sowas und dann ist das das eigene Grab schaufeln, bevor es überhaupt begonnen hat, weil wenn du mit Eintritt frei angefangen hast, da kannst du nicht mehr weg von. Und wenn keine Leute kommen, dann kommen keine Leute, da kommen auch bei Eintritt frei keine Leute. Oder du kannst auch gerne natürlich Austritt bezahlen oder immer schon einen Obolus, immer klar machen, das hat einen Wert, das geht. Das machen auch einige, dann finde ich es gut, aber dieses einfach Eintritt frei ist... Ja, gut, aber nehmen wir zum Beispiel einen Comedy Punch Club. Der hat ja auch Eintritt frei gemacht und am Ende halt geht der Hut rum oder sowas oder im Austritt oder sowas, kam oft nicht so viel bei rum, weil es halt auch sehr viel junges Publikum war, die natürlich nichts hatten. Aber die Sache ist, das war ja anfangs immer gut voll und es musste aber in diesem Konzept bleiben. Also er hätte nicht sagen können, okay, hier, jetzt haben wir das etabliert, es ist wöchentlich in Solingen, mitten in der Woche eine volle Comedy Show, was ich schon krass finde. Da hätte man nicht sagen können, ja, ab jetzt 5 Euro Eintritt oder sowas, das wäre nicht gegangen. Dann wären die Leute aufgehört. Und die Frage ist ja immer die Konsequenz, das war für mich so dieses, das Endprodukt davon ist dann irgendwie vor zwei, drei Jahren war ich in New York in so einem Comedy Club und das war wirklich so, mittags bin ich hingegangen und dann war ja diese kleine Pointe, kleine Anekdote. Ich habe die Kellnerin gefragt, wie ist das denn hier, kann man hier auftreten und dann hat die gesagt, nein, du trittst hier nicht auf. Und ich so, wie, warum darf ich nicht auftreten, weil heute ist Ladies' Night. Also eine kleine Pointe und dann bin ich aber da reingegangen, habe mir die Show angeguckt und es war wirklich so, acht Zuschauer, am Ende waren alle auf der Bühne, außer ich. Also nur Künstler und dann kommt es natürlich so ins Gespräch, ist da so. Und dann machen die aber einfach, fangen die Shows um 16 Uhr an, gehen bis 20 Uhr und dann sind immer die Künstler da, jeder Künstler muss auch noch 5 Euro bezahlen und da kannst ja ausrechnen, das lohnt sich. Und der Witz war, dann war ich nächste Woche wieder da, dann waren 20 Zuschauer da und am Ende waren wieder alle auf der Bühne. Dann haben die alle nur noch drei Minuten gespielt und das lohnt sich. Ich hatte das mal in London, da waren 20 Leute am Anfang da bei so einer Open Mic und dann stellt sich raus, ja, das sind alles Künstler und scheiße, Manuel ist an Nummer 17 dran. Was machen denn die 16 Künstler, wenn sie gespielt haben? Sie gehen nach Hause. Ja, aber da war ich, das war in London natürlich auch nicht so, die haben natürlich gezogen aus dem Hut, damit die nicht gehen konnten, aber wenn die gespielt haben, sind die trotzdem gegangen und ich habe gedacht, was sind das denn für Arschlöcher? Ja, gemein. Also wirklich so, das finde ich so richtig so. Ja, aber ich sage dir, wie es war, die haben ja teilweise zwei, drei Open Bikes am selben Abend. Ja, aber dann geht es halt nicht. Das ist ja, weißt du, das Prinzip, irgendwann, das ist ja, es kann ja immer noch perverser werden und dann wenn noch nicht mal mehr die Kollegen bleiben und die ja aber auch umgekehrt dich als Zuschauer, also wie doof ist das denn? Das ist ja an Doofheit nicht mehr zu überbieten. Also weißt du, wenn du... Ich sage dir aber, was ich pervers finde, ist, dass Ladies Night in New York heißt, acht Damen spielen für den Unglaublichen Heinz. Du sitzt da so im Publikum und schaust ja... Ja, ja. Das finde ich ein bisschen pervers. Das habe ich so noch gar nicht gesehen, aber... Hey, es ist Ladies Night, du spielst nicht, du schaust dir die Ladies an. Du musst die Ladies, du musst lachen. Was ja auf Englisch auch immer schwer ist, die Vater bestimmt nicht der beste Zuschauer. Warum lacht ihr denn nicht? I don't understand. Anything. Ja, na gut. Okay, dann bedanke ich mich, dass du hier warst und ich hoffe mal, dass es auch eine Men's Night gibt, wo acht Comedians dann für eine einzelne Zuschauerin spielen, die dann in New York fragt, ob sie auftreten darf und der Kellner sagt, nee, du darfst nicht, heute ist Men's Night. Überhaupt die Vorstellung, dass man eine Men's Night macht, fände ich für Boeing auch schon eine tolle Anregung. Nee, nee. Nee, absolut gar nicht. Ich bin ja sehr darauf bedacht, dass es ein bisschen ausgeglichener ist, was das Line-Up ist. Ich muss trotzdem sagen, es gab ja schon Men's Nights, das war aber unabsichtlich. Ja, aber das finde ich ja gerade lustig, dass man dieses Unabsichtliche, was ja andauernd passiert, so ganz riesig bewerben würde, heute nur Männer, weil es eigentlich die Absurdität der Ladies' Night nach vorne steht. Genau, das ist genau der Punkt, weil ich möchte nämlich eben, also klar, ich möchte auch mal einen Abend haben, wo nur Frauen da sind, aber wenn es dann soweit ist, werde ich den auf keinen Fall als Ladies' Night bewerben, sondern ich werde kein Wort dazu sagen. Für mich ist das der Höhepunkt. Weil das völlig normal sein soll. Das soll normal sein, das ist der Höhepunkt der Diskriminierung, finde ich. Ja, genau, ja, theoretisch absolut, genau. Also ich habe das einmal gemacht am Anfang von Boeing, wo ich so irgendwie, hey, heute machen wir mal eine Show, wo ich extra dafür caste, nur Frauen und nenne das dann Ladies' Night und sowas, weil es verkauft Karten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ein Seller, so irgendwie, aber dann habe ich mich sehr unwohl gefühlt, so irgendwie. Wie gesagt, ich habe auch dieses komische Gefühl, dass das so ein prinzipielles, das heißt ja, da ist Schutz notwendig und das ist nicht. Also ich finde, nichts ist ehrlicher als auf der Bühne, entweder du bist lustig oder nicht und das hat für mich nichts mit Frau, Mann zu tun, das ist einfach. Sollte es nicht, es ist schon, also es ist schon ein gewisser. Aber man gibt diesem Denken Vorschub, wenn man eine Ladies' Night macht. Wenn man es extra noch betont. Genau. Also man sollte auf jeden Fall eine Ladies' Night machen, aber es ist einfach ein ganz normaler Abend. Genau. Weil wenn es nur Männer sind, wird es als normal erachtet, wenn es nur Frauen, aber selbst wenn man es nicht zum Thema macht, selbst wenn eine Show wäre, wo nur Frauen auftreten würden, weil es sich bei der Open Mic halt einfach so ergeben hat, weil es sich nur, selbst dann würden viele im Publikum sagen, oha, es waren ja nur Frauen auf der Bühne. Bedeutend mehr, als wenn es nur Männer wären und sie sagen würden, oha, es waren ja nur Männer auf der Bühne. Also da muss sich noch was ändern. Ja, wobei ich finde, dass sich unglaublich viel geändert hat und dass es auch, ja, wer jetzt schuld ist und dass ich eben auch finde, es gibt wirklich auch noch viele Leute mit sehr vielen Vorurteilen, die sagen, Frauen sind nicht lustig. Ich mache ja auch so viele Mixed Shows auf dem Land, du hast sie nicht mehr, es gibt genauso viele lustige Frauen wie lustige Männer, nur die sind natürlich dann noch, haben dich noch nicht so durchgesetzt oder du kennst die Szene gar nicht, du guckst nur. Ja, was heißt, haben sie nicht so durchgesetzt, wurden halt an den Rand gedrängt. Ja, das stimmt. Und es gibt auch genug, es gibt mir ja böse, sie macht ihre Shows, Karolik. Ja, schon, aber guck mal, aber wenn da, ja, guck mal, also ich kriege das ja bei, ich kriege das ja in meinem Backstage manchmal mit, wenn da so junge Typen ankommen, die dann auf der Bühne irgendwas erzählen wollen, wie die Welt ist oder wie ihr Dating-Ding war und ich denke, ich könnte dein Vater sein, wem erzählst du das? Und dann kriege ich schon, und wie die teilweise dann Testosteron geladen da über ihre Eroberung, also jetzt nicht Date-Eroberung, sondern Eroberung, wo sie schon gespielt haben und sowas reden und sowas, da kann ich mir schon vorstellen, dass es unangenehm ist, da als einzige Frau dann drin zu setzen, weil es ja auch schon für mich unangenehm ist und ich bin noch nicht mal eine Frau. Du bist nur alt. Ich bin nur alt. Aber was jetzt schlimmer ist, Frau oder alt? Nicht so alt wie du. Ja, ich bin noch älter. Ich bin ja schon bald im Opa-Bereich, ich bin da wieder safe. Nee, ich finde einfach, Geschlecht sollte kein Thema mehr sein. Ich sage dir, das war ja genau der Anfang. Genau. Das ist einfach auch so dieses, wir brauchen eine Frau in der Show. Nein, wenn da zufällig eine ist, dann ist es, und wenn da zwei sind, ich rufe doch jetzt nicht an, bitte. Ich wurde mal in der Show gebucht, weil Ihnen noch eine Frau oder ein Klavierspieler oder ein Musiker gefehlt hat. Wir haben schon drei lustige Männer. Wir brauchen noch eine Frau oder einen Klavierspieler. Ja. Aber ich habe den Job natürlich angenommen. Ja, natürlich. Das ist ja auch dann wieder, wenn du dann in Anführungszeichen, ich finde auch, es gibt keine große Diskriminierung. Wenn du als Frau gut bist und lustig, dann kriegst du Jobs ohne Ende. Es gibt nicht so, dass man die Frauen vor, es gibt halt dann immer die, es ist zwar die Quotenfrau, das würde mir als Frau tierisch um den Sack gehen, aber du kriegst Jobs. Es ist jetzt nicht so, dass du draußen vorbleibst, sehe ich so. Manche kriegen, ja, es kriegen, ja, 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 also ich meine, es gibt auch Männer, die gut. Aber du musst natürlich Mainstream auch sein, das sind aber andere Sachen. Es gibt ja auch Männer, die gut und lustig sind und keine Jobs kriegen. Ja, das hat aber immer andere Gründe. Es liegt dann weder daran, dass sie eine Frau oder Mann sind, sondern es hat andere Gründe. Es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Und das Geschlecht hilft dir aber eher. Ja, aber wenn ich jetzt denke, beim Buchung von Karnevalssitzungen zum Beispiel vielleicht nicht. Doch auch. Hilft das Geschlecht? Nein, wenn du, ich sag ja immer, wenn du, wenn das lustig ist, wenn du, wenn du zwei gleich, du sagst ja normalerweise, wenn du, wenn du jetzt, sagen wir mal, im normalen Business bist und du hast zwei Gleichgute, dann wird der Mann genommen, würde ich sagen. Wenn du aber zwei Gleichgute hast, Mann, dann wird er die Frau genommen, weil es halt nicht so viele Frauen gibt. Du meinst, im Comedy-Business wird er die Frau genommen, wenn die gleichgute sind. Und im normalen Job wird er der Mann genommen. Würde ich sagen. Weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber die Frage ist ja auch, was ist gut? Das ist ja auch sehr subjektiv. Subjektiv heißt einfach, ob beim Publikum ankommen. Ja, aber wer entscheidet, also wer entscheidet, ob jemand einen Job kriegt, weißt du, oder ob jemand gut findet? Weil wenn das nämlich dann irgendwie, keine Ahnung, TV-Produzent so und so ist, der hat ja vielleicht auch eine andere Auffassung als die TV-Produzentin so und so. Und dann nimmt er vielleicht halt. Ja, aber betrachte doch mal die Szene. Ja. Und ich finde, also für mich ist, das ist ja keine, das ist ja eine Betrachtung. Keine, keine, also für mich keine Behauptung, sondern ich sage so, wenn ich eine Frau habe, die gut ist, dann kommt die schneller weiter. Du kannst ja natürlich nochmal, sexistisch da dran ist, sie muss entweder total scheiße aussehen oder total gut, um diesen Weg zu machen. Das ist sexistisch und nach wie vor scheiße. Also wenn du einfach so, aber das ist Fernsehen immer. Fernsehen ist auch gegenüber Männern sexistisch und scheiße. Wenn du da jetzt nicht gegenüber Männern sexistisch bist, ja natürlich, das ist aussehen und so spielt doch genauso eine Rolle im Fernsehen. Nicht genauso wie Frauen, aber genauso spielt es eine Rolle, doch definitiv. Also es gibt die alte Grundlage beim Fernsehen, dass jemand entweder super toll oder super scheiße aussehen muss. Jemand, der normal aussieht, hat sowieso keine Chance oder sowas. Und das geht auch für Männer. Ja, aber ich kenne viele, viele Comedians, die relativ normal aussehen und im Fernsehen sind. Wir verfacken uns, darum ging es eigentlich gar nicht. Aber ich habe ja auch gesagt, der Anfang war ja, kommt man als Frau bei gleicher Qualität schneller weiter oder braucht man Unterstützung? Das war eine These. Das war eine These. Braucht man eine Quote? Und ich meine, man braucht halt diese Quote nicht, weil man nicht, das ist meine, 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 meine Betrachtung, wenn ich, wenn ich jetzt so gucke, Karrieren von, von Kolleginnen oder, oder und so, und da war mein Ding immer, das geht richtig flott, wenn du. Ja, also sagen wir, also braucht man eine Quote, weiß ich jetzt auch nicht. Aber, also ich, ich meine, weiß ich nicht, weil ich denke, weil ich nicht weiß, ob das der Weg ist, um, um es eine gerechtere, um eine, um gendergerechter zu sein. Das ist ja ganz, darum geht es gar nicht. Aber, aber wenn ich, wenn ich mir das Beispiel mal der, das, der BBC nehme, mit ihren Panelshows und so irgendwas. Also Panelshows ist meistens ein Moderator, vier Gäste, sowas wie sieben Tage, sieben Köpfe, nur halt ihnen lustig. Und, und da war es. Wiederkommen, aber egal, ein anderes Thema, ja. Aber da war es immer so, die haben, die haben immer vier Gäste gehabt und mit, mit etwas Glück haben sie sich gemacht, ja drei Männer und eine Frau und sowas. Und irgendwann haben sie halt mal, ähm, äh, es gesagt, okay, da gibt es irgendeine Regel oder sowas jetzt, wenn du vier Gäste hast, müssen zwei davon Frauen sein oder so irgendwas. Und dann haben sie das, oder, oder ich weiß nicht, ob es sich selbst auferlegt ist oder so irgendwas. Aber jetzt bei den Neueren sieht man halt, äh, äh, mehr Frauen in, in diesen Shows. Das sehe ich. Und ich aber auch wieder anders, das finde ich wieder gut, weil das was anderes ist, weil dann hast du ja auch Frauen, die eine Chance kriegen, auch besser zu werden, da immer wieder aufzutreten. Du vergrößerst Frauen, die eine Chance kriegen, besser zu werden, wenn sie, ich glaube, die sind schon ziemlich gut, wenn sie schon... Nein, 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 ich glaube, als Komiker musst du auftreten, auch, du musst auch im Fernsehen nochmal Erfahrung sammeln. Das ist ja, also wenn ich jetzt meine Karriere sehe, Fernsehen muss man auch nochmal neu lernen, wenn du auf der Bühne schon toll bist, ist Fernsehen nochmal ein neues Genre. Man lernt nie aus, aber es sind ja keine Newcomer-Shows. Nein, aber du musst aber Gelegenheit haben und du musst, wenn du beim ersten Mal bist du total nervös und dann wirst du noch geschminkt und gemacht, wenn du das beim dritten Mal machst, kommst du langsam auch in so eine coole und jetzt haue ich hier noch einen rein und improvisiere ein bisschen und wenn ich Gelegenheit als Frau hast du dann auch irgendwann mehr gute Frauen. Klar, aber genau. Das finde ich auch, das finde ich auch gut, das ist aber nicht das, was ich sagen wollte. Und ich denke halt so, dass wenn ich die Shows von damals mit weniger Frauen und die Shows mit jetzt mit mehr Frauen vergleiche, ist da kein Unterschied. Ja, glaube ich auch. Und deswegen ist für, und das ist für mich der Beweis, dass da schon Sexismus eine Rolle gespielt hat bei der Besetzung der Shows früher. Ich bin vollkommen bei dir, also das, wir sind, was das angeht, eine Meinung. Okay, super. Ah ja, da können wir auch jetzt mal endlich hier zum Ende kommen. Endlich mal aufhören, ne? Ja, ja. Du kannst nur sagen, dass wenn man als Frau toll aussieht und auch noch gut ist, da geht man ab und macht Karrierewiese. Kannst du einfach mal zugeben? Ich, also ich, äh, nee, das kann ich nicht zugeben, weil vor allen Dingen, das ist viel zu verallgemeinernd, weil ich denke auch, dass wir zum Beispiel auch unterschiedliche Meinungen haben, was gut aussehen ist. Ja, aber das ist ja, das entscheidet natürlich wieder so ein Fernsehfuzi. Da wird man nicht kompliziert hier. Das entscheidet wieder so, können wir mit diesen Worten aufhören. Das entscheidet wieder so ein Fernsehfuzi. Das entscheidet wieder so ein Fernsehfuzi. Okay, vielen Dank, dass du da warst. Nein, aber da würde ich aber lieber aufhören mit den Worten, das entscheidet wieder so ein Fernsehfuzi, der sowieso keine Ahnung hat. Noch besser. Genau, Fernsehen. Okay, mach's gut, ciao. Tschüss.